so herzlich willkommen zu der dritten folge von nebelbau 3 ich nehme die folge direkt im anschluss auf um die die es hier aufzubauen und ja dann hoffentlich noch ein paar weitere die es finden das sind natürlich vier warte 5 wenigstens das ich möchte jetzt auch kein dir picke machen weil ich nicht weiß ob raten schon mehr hat jetzt hier noch ein bisschen eisen wird somit ich nur noch eisenpick machen Ich kann das eigentlich nicht so machen. Ich kann das 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 nicht so machen. Vielleicht kommt das nicht weiter. Oh. Ich kann das nicht so machen. Ich kann das nicht so machen. Okay, jetzt will ich nicht. Okay. Oh, das ist ein bisschen nicht. Brauch ich eigentlich gar nicht. Oh. Oh. Oh, das ist ein bisschen. Soll ich noch nicht nennen? Das war's für heute. Was ist denn hier los? Vielleicht ist das noch was? Zum Tieral schon. Yeah. So, ich habe noch das Gold. Okay. 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 Das war's. Es braucht mehr Gehäuse. Esslava, okay. So, weiter. Okay, schade. So, I'm going to get into the microwave. So, you need to put the microwave in the bottle. I'm going to get in the microwave. I'm going to get in the microwave in my too. So, I'm going to get in the microwave. Okay. Okay. Then, next time. Oh, ich kann die O-R-F-A-T-H-T Das war jetzt auch nix. Ich will doch n Dears finden. Ich will nichts mehr. Hier können überhaupt keine Dears sein. Irgendwo weiter runter. Was ist denn hier los? Was zur Hölle? Holy shit. Ich muss auch wieder nix. Ich muss auch wieder nix. Ich kann mich noch mal mehr nix. Ich habe noch mal nix. Ich bin nicht nix. Ich hab noch mal nix. Ich habe noch mal nix. Ich habe noch nie einen Werker. Ich habe noch nie einen Werker. Ich habe noch nie einen Werker. Ich bin jetzt schon viel zu weit oben. Ich bin jetzt schon viel zu weit oben. Ich bin jetzt schon viel zu weit oben. Ich bin jetzt einfach runtergegangen. Okay, ich weiß, dass ich laufe. Ja! Die ist noch viel fertig. Ja und? Ist auch noch die aus. Das hat jetzt wahrscheinlich so noch X-ray ausgesehen. Okay. 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 Okay.